Ich bin Andreas Fichbauer von der Firma Töffelberger und wir befinden uns heute im Forstgebiet von der Firma Meier-Mellenhof Forstechnik und gemeinsam mit dem Klössl Martin darf ich heute ein kurzes Interview führen über unsere Stratus Forstzeile und ich würde gerne einmal anfangen Martin, ihr habt ja unsere Stratus Forstzeile im Einsatz, warum nehmt ihr die und wofür werden die verwendet? Ja also mal gleich zur Frage wofür, wir verwenden sie hauptsächlich als Ankerseile auf der Maschine und als Montageseil. Und für welche Tätigkeiten werden die hauptsächlich verwendet, was macht sie da genau damit? Ja prinzipiell spannen wir somit den Turm ab, im Gegensatz zum Tragseil, was in die Zuzugrichtung geht quasi, haben wir die Ankerseile, die hinten den Mast abspannen und das Kunststoffmontageseil haben wir zwischen dem Hydralgtank, das ist dafür zuständig, dass wir, wenn wir die Maschine bergab aufbauen, das Tragseil dementsprechend mit dem Kunststoffseil bei kurzen Trasten aufziehen können. Was macht ihr selber genau als Firma mit euch, eure Geräte oder wie stellt sich die her? Ja prinzipiell, wir bauen Forstzeilgeräte für die Holzernte im Gebirge oder auch in der Ebene. Zur Herstellung, wir schweißen eigentlich alle Komponenten bunt selbst in der Firma, außer natürlich den LKW und benötigen diese für die Seilung von Holz im Gebirge bzw. im Flachland. Die hauptsächlich, weil eiche Geräte hauptsächlich jetzt für Faserseile entschieden, warum und wo siehst du da die größten Vorteile? Ja die größten Vorteile sind sicher eine gewisse Zeitersparnis bei der Montage oder beim Aufbau der Maschine und auch beim Gebirgezwanggewicht kann man somit auch das Gewicht nicht etwas drücken, da doch die Stahlseile etwas schwerer sind. Und da auch die menschliche Ressource weniger wird, ist es auch wichtig, dass man seine Arbeit da schont und somit Kunststoffseile verwendet. Seit wann bist du selber bei der Firma Meier-Mellenhof Forsttechnik? Ich bin jetzt seit gut etwas über zwei Jahren bei der Firma angestellt. Welche Ausbildungen hast du machen müssen, dass du da im Forstbereich tätig sein kannst oder darfst? Ja prinzipiell habe ich die Forstschule in Bruck an der Moor absolviert und befinde mich jetzt in der Jungenzeit und die ganzen Fähigkeiten und Anwendungsbereiche haben wir doch in der Schule auch gelernt, die mir jetzt da in großen Höfen. Ja dann sage ich danke für dein Feedback über unsere Seile, über deine privaten Einblicke. Weitere Infos zu unserer Forstseile beziehungsweise unserer Stratusseile findet ihr auf unserer Homepage www.teufelberger.com Knapp, Knapp. Knapp, Knapp. 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 Untertitelung des ZDF, 2020